Schiedel. Heizen. Lüften. Leben. Ab 2016 wird der Energiestandard für Neubauten verschärft. Diese Verschärfung bezieht sich einerseits auf die Energieeffizienz des Gebäudes. Der höchst zulässige Jahresprimärenergiebedarf sinkt um 25% im Vergleich zur NF 2014. Das betrifft die Bereiche Heizen, Wasser erwärmen, Lüften, Kühlen und bei Nichtwohnbauten auch die eingebaute Beleuchtung. Andererseits bezieht sich die Verschärfung auf den Wärmeschutz der Gebäudehülle. Der maximal erlaubte mittlere Wärmeverlust durch die Gebäudehülle sinkt um ca. 20% im Vergleich zur NF 2014. Das bedeutet konkret, es werden mehr Maßnahmen benötigt, um den gleichen Energiestandard zu erreichen. Oder Sie wählen gleich die richtigen Produkte. Denn Schiedel, Schornstein bzw. Kamin, Ofen und Lüftungssysteme entsprechen bereits jetzt den Anforderungen der NF 2016 und 2020. Geringste Wärmeenergieverluste mit dem Schiedel Thermotrennstein. Optimale Wärmedämmung und eine hohe Oberflächentemperatur. Raumluftunabhängige Betriebsweise. Ein geschlossenes Heizsystem. Feuchtunempfindlich und Rußbrand beständig. Für alle Brennstoffarten einsetzbar. Perfekte Luftdichtheit. Blower Door geprüft. Schiedel erfüllt schon jetzt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung bis 2020. Checken Sie die Energiekennzahlen gleich jetzt auf energycheck.schiedel.com und erfahren Sie mehr über den Wohlfühlindikator. Schiedel Absolut Expert setzt neue Standards in der Schornstein- bzw. Kamin-Technik. Moderne Gebäude stellen strikte Anforderungen an deren Bauteile. Der Schornstein bzw. Kamin, das einzige Element, das die Gebäudehülle vertikal durchdringt, muss hier höchste Ansprüche erfüllen. 1. Problem, Wärmeverluste durch Wärmebrücken, Leckagen und Undichtigkeiten der Gebäudehülle. Schiedel hat hier die Lösung. Mit dem Schiedel-Thermotrennstein werden Wärmebrücken unterbrochen. Die Innen- und Außenluft wird thermisch entkoppelt. 2. Problem, Abkühlung der Oberflächentemperatur am Schornstein-Kamin unter 12,6 Grad Celsius. Es entsteht Kondensat und Schimmelbildung. Schiedel hat hier die Lösung. Der Absolut Expert garantiert im System und in der Zuluftführung eine Oberflächentemperatur von mindestens 17 Grad Celsius, was der höchsten Energieeffizienzklasse entspricht. 3. Problem, Undichtigkeiten, Leckagen und Luftverluste. Blower-Door-Test. Luftverlust von über 40 Kubikmeter pro Steigmeter Schornstein-Kamin pro Stunde. Schiedel hat hier die Lösung. Absolut Expert bedeutet absolute Luftdichtheit. Minimaler Luftverlust von unter 1 Kubikmeter pro Steigmeter Schornstein-Kamin pro Stunde. 4. Problem, Verbrennungsluft aus dem Wohnraum. Schiedel hat hier die Lösung. Der Absolut Expert garantiert den sicheren, raumluftunabhängigen Betrieb und ist für alle Brennstoffarten, insbesondere erneuerbare Energien, geeignet. Schiedel – Absolut Expert. Das weltweit erste Passivhaus zertifizierte Schornstein- bzw. Kamin-System. Die beste Lösung für energieeffiziente Bauweise. Geringste Wärmeenergieverluste mit dem Schiedel Thermotrennstein. Optimale Wärmedämmung und eine hohe Oberflächentemperatur. Raumluftunabhängige Betriebsweise. Ein geschlossenes Heizsystem. Perfekte Luftdichtheit. Blower-Door geprüft. Schiedel – Absolut Expert. Das weltweit erste Passivhaus zertifizierte Schornstein- bzw. Kamin-System.